Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Es geht weiter, ein Gartenrundgang ist dran. In diesem Moment sitze ich bei den Jungs im Gewächshaus, denn es wird eine steife Brise bei uns im Norden. Das wird mich daran hindern im Garten direkt zur Kamera zu sprechen, deswegen werde ich Aufnahmen machen und wieder nachvertonen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ganz viel Freude bei diesem Video und lege direkt los. Auf geht's! Dieser Gartenrundgang ist nicht wie ein Gartenrundgang im Sommer. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Highlights zu zeigen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. An dieser Stelle ein dickes Danke an Nadine, vielen Dank für deine Unterstützung. Auch in Airfchart hast du mir ein paar Pflanzen mitgegeben. Sie hat auch einen eigenen Gartenkanal, den verlinke ich euch mal oben rechts. Aber jetzt soll es losgehen mit dem Rosenkohl. Den habe ich auch von Nadine und wie ihr sehen könnt, auf einem ist der Kopf drauf, den anderen habe ich abgeschnitten. Noch mal von oben zu sehen. Der eine hatte schon große Röschen, der andere kleine und da wo ich den Kopf abgeschnitten habe, sind die Röschen tatsächlich größer geworden. Allerdings wird das jetzt nicht nur daran liegen, dass ich den Kopf abgeschnitten habe, denn ich habe auch das Beet einmal drumherum, ein bisschen mehr befüllt mit Nährstoffen, habe auch gedüngt, deswegen so richtig hundertprozentig kann ich das an der Stelle nicht sagen. Jetzt sind wir beim Knoblauch, den ich euch jetzt ein bisschen zeige, die Stellen, wo hochgekommen ist. In dem Bereich da ist im Moment gar nichts hochgekommen, da warte ich noch. Dann haben wir hier den Hirschhorn-Wiegelrich, nicht Potluck wie angenommen, den Green Giant und den Red Giant Salat. Ab zum nächsten Beet. Ja und auf diesem Beet habe ich auch verschiedene Sachen, wer das noch nicht mitbekommen hat. Radieschen, Feldsalat, Salat. Dann gehen wir nochmal ein Stück weiter. Hier habe ich ja auch den Red Giant Hirschhorn-Wiegelrich und so weiter rausgeholt. Da könnt ihr sehen, das kommt auch alles. Allerdings ist mittlerweile auch neben dem Hirschhorn-Wiegelrich der Potluck zu sehen. Das ist der Potluck, den ich gerade hochzeige. Übrigens durfte ich den bei den Jungs probieren. Super, super lecker. Rote, wilde Rauke. Direkt daneben hatte ich ja die Schachbrettblume ausgesät, die müsste dann im Frühjahr irgendwann kommen. Aber hier könnt ihr auch sehen, die Sonnenblumen, die wurden schon fleißig genutzt von den Vögeln. Deswegen laufe ich hier auch nochmal rum. Leute, lasst die Dinger stehen, das ist nur gut. Ihr kümmert euch um die Vögel. Die können ein bisschen knabbern und am nächsten habt ihr ein paar tolle Grillanzünder. Dann in dieser Ecke habe ich ein bisschen, ja wie soll man sagen, Gartenabfall. Da können sich ein paar Tiere niederlassen. Hier in den Ecken könnt ihr das ganz gut sehen. Da gibt es genug Verstecke. Und das ist der Kartoffelacker. Da bin ich ja schon bei gewesen. Da habe ich euch letztens auch schon was zu gezeigt. Der vordere Bereich hier vorne, den habe ich ja schon mal abgemulcht. An den anderen Stellen habe ich hier schon Unkraut gejätet. Und den Bereich, den ich jetzt zeige, der ist noch nötig. Da muss ich noch bei gehen. Halt Step by Step. Eins nach dem anderen. Hier checke ich nochmal, was die Zwiebeln sagen. Die sind auch noch ein bisschen gekommen. Ich bin überrascht. Bin auf jeden Fall zufrieden. Und nach und nach mulch ich ja auch die Beete. Das wird da dann auch bald der Fall sein. Zum Thema Beete richtig vorbereiten fürs nächste Jahr. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Da zeige ich euch, wie ich das mache. Das werde ich mal oben rechts verlinken. Wo geht es weiter? Ja, beim Zuschauerbeet lege ich mal los. Hier haben wir noch den, wie heißt der, der Wiesenknopf. Pimpinelle. Und hier haben wir noch Artischocken. Die sollen im Frühjahr blühen, wenn ich die durchkriege. Und gehen wir einen Schritt weiter zur Bananenpflanze. Die muss ich ja für den Winter einpacken, dass ich die durchkriege. Und wie ich das angestellt habe, jetzt der Rückblick. Wie ihr sehen könnt, die Banane habe ich oben ein wenig abgeschrägt. So an der Stelle, wo, ne, darunter war noch alles fett. Darüber sah es nicht mehr so gut aus. Dann habe ich die Steine drumherum gelegt. Dann habe ich diesen Rasenschnitt, den ich besorgt habe, zum Mulchen. Den habe ich jetzt rundherum verteilt, ein bisschen mehr. Dann habe ich einmal diese Tonröhre darüber gestülpt. So bekommt die Banane keinen direkten Windzug. Ja, die Größe sollte wohl so sein. Das passt so richtig gut. Dann könnt ihr sehen, sind ein paar Steine drumherum gekommen. Dann habe ich angefangen, mit den Dachziegeln zu arbeiten. Einmal rundherum. Einfach ein Dachziegel nach dem anderen platziert. Und noch ein. So sieht das schon mal ganz gut aus. Aber das reicht ja noch nicht. Also weiter Dachziegel drumherum. So ein bisschen nach diesem Zwiebelprinzip. Soweit keine Raketenwissenschaft. Jetzt ist das soweit schon nach außen ordentlich geschützt. Also da bin ich schon mal zufrieden. Habe bisher noch kein Plastik eingesetzt. Ja, dann habe ich das oben verschlossen mit einem Stein. Und weiter von dem Rasenmaterial drumherum. Von allen Seiten. Bisschen dicker gemacht. Davon hoffe ich mir natürlich über den Winter ein bisschen Wärmentwicklung. Wenn das verrottet. Wenn ich da an mein Hochbeet denke. Leben bringt Leben. Habe ich auch unten oder generell bei dem Ding gemerkt, dass es deutlich wärmer war als alle anderen Beete. Da habe ich noch mehr aufgeschichtet. Ich denke das Prinzip ist sonnenklar. Also einmal drumherum ein bisschen was, was sich verkompostiert. Und damit Wärme abgibt. Denn die ganzen Steine und so weiter werden die Wärme speichern auf gewisser Ebene. Und die Banane an sich ist auf jeden Fall vor Wind geschützt. Ja, ist alles ein Versuch. Ich probiere einfach mal. Im nächsten Jahr sind wir dann schlauer. Und weiter geht's im Garten. Ich habe ja neben dem Leben bringt Leben beet noch Sellerie drin. Da bin ich ganz zufrieden. Also für späten November. Das sieht auch noch top aus. Natürlich viel Blüte und so weiter. Aber ich bin sehr zufrieden. Zuletzt hatte ich ja den Sven zu Besuch. Wer ihn noch nicht kennt. Ich hatte mit ihm ganz viel Spaß und Freude. Vor ein paar Tagen habe ich das hier gebaut. Mein Holz braucht ja irgendwie mal Platz. Irgendwo muss das mal lagern. Ein bisschen vernünftiger als bisher. Vorher lag der ganze Kram halt irgendwie im Rasen, im Regen und kaum irgendwo aufgestapelt. Und irgendwas musste mal her. Das war es auch schon an Highlights aus meinem Garten. Ich habe euch jetzt nur nicht den ganzen Garten gezeigt. Ich könnte euch lauter verwiesene Ecken zeigen. Aber unterm Strich wollt ihr auch das sehen, was sich tut. Und sobald sich was tut und das erwähnenswert ist, findet das natürlich in meine Videos. Für alle, die frisch auf meinen Kanal gestoßen sind und noch kein Abo dagelassen haben. Mir geht es um den Nachhaltigkeitsfaden. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir ein Abo lasst und mit dabei seid, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das wäre echt schön. Ansonsten für alle Gartenrundgang-Interessierten, ich werde euch mal da an der Seite einen weiteren Gartenrundgang anzeigen, auf den ihr klicken könnt. Da werdet ihr auch ein bisschen mehr über das Keyhole-Beet erfahren. Also da wünsche ich euch dann auch viel Spaß und Freude. Okay, das soll es gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Und weg.